So Leute, da sind wir wieder. Luki und Rocky auf Abwägen. Hallo Luki. Hallo. Den letzten Folgen hab ich mir auch mal übergeben geste, sorry. Ja, Luki hat die Sauerei auch wieder weggewischt hier, ne? Und, ähm, ja. Wir waren dabei hier so ein paar Tronen, ein bisschen Lager aufzubauen. Und ansonsten müssen wir mal noch Erkundungstouren starten, ne? Ja, ich hab schon die halbe Insel erkundet. Hast du schon? Aber im Darkwood gibt's noch ein paar Sachen, ne? Da war ich noch nicht, nein. Also vor allem, wie können wir jetzt mehr craften und unsere Schweine killen? Ja, jetzt vor allem noch sein. Und, ähm, ne? Wie kriegen wir Rezepte dazu vor allen Dingen? Hm. Hm. Speere können wir auch noch bauen, ne? Ja. Aber für alles brauchen wir halt das Wildschweinleder, Rocky. Für alles. Ja. Guck mal dieses Wildschweinleder. Das ist irgendwie blöd. Und wir haben so viele Wildschweiner. Ja, das stimmt. Kann doch nicht sein, dass wir die nicht töten können. Das stimmt. Ich hab keine Ahnung, wie man's macht. Naja. Da werden wir alles noch rausfinden. Hm. Wahrscheinlich braucht man ne spezielle Waffe dafür oder so. Ich weiß es nicht. Also das mit dem Messer war ja schon ein guter Ansatz, ne? Aber... Ja. Oh, da können wir irgendwer, na, einen Stall oder so bauen, dass wir dann einfach drin sterben und mir keines Leder rausholen. Hm, einfach verhungern lassen. Äh, wir haben sie nicht umgebracht, ne, Peter? Wir haben nur recycelt, was da dort rum lag. Ne, ich glaub wir müssen einfach mal neue Ressourcen finden, um neue Rezepte freizuschalten. Sollen wir mal, äh, in den Wald gehen? War gut. War gut, genau. Ja. Es war die Richtung, oder? Ja. Immer rechts vom Haus. Jetzt frühmorgens. Sehr gut. Ich bin, äh, natürlich ohne Essen losgelaufen. Warte. 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 Ja. Äh, ja, das gebe ich dir jetzt auch hier. Sehr gut. Dann hab ich schon zwei. Ja. Perfekt. Hab noch ein bisschen was. Weil sonst ist man ja One-Hit von den Gegnern, ne? Mit 25 Leben. Aber wenn so ein Pilz zieht oder so, wär super. Raya ist ein bisschen durch die Gegend. Oh. Ne, okay, lass sie nicht beten, verdämmen. Ja, jetzt hast du nötig. Nein. Ne. Ignorieren, Rücken. Spätet. Ist das das Gleiche? Ja. Oh, oh. Okay. Okay. Der erste ist down. Der große ist wieder auf mich. Nein. Autsch. Wie sie sich alle auf mich konzentrieren. Gibt es daran, dass sie ausschaut wie ein paar Bross? Wahrscheinlich. Nein. Warte mal, ich versuche mal mit dem Messer. Ja, probier mal. Warte, entlassen. Oh, oh. Wobei, die Sprung... Ja, abgestockt. Neues Material. Ancient Seed. Also, uralter Samen. Okay. Oh Gott. Das klingt komisch. Wie sie hat so? Oh. Gleich essen. Also, ja, stimmt. Hast du recht. Ah, nee, sind Bären. Gut zum Essen. Hier vorne geht es aber, glaube ich, raus. Oh, da sind noch mehr? Aber der ist billig. Den schau mal so. Oh, ja, dein Porto von hinten ist ja insane. Das ist geil, ne? Ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, hier waren wir aber noch nicht, oder? Nö. Ich habe Erz aus dem Ding gelootet. Aus dem Fass. Okay, hier ist ein bisschen Honig und Pfeiler. Und Federn in der Kiste, aber sonst ist hier nichts. Ja, Ruki ruht sich aus, ne? Richtig schön. Wir haben ja noch mehr in der Umgebung. Das schmerzt neu. Oh, achten Sie mal. Aber wer ist er? So. Komm her. So, was sagt der? Äh, ihr habt ein bisschen Erz gefunden. Ähm, ihr braucht eine Schmelze, um das Schmelzen zu gönnen. Okay. Ich brauche Surpling Cores. Aha. Wolltest du das Erz her? Äh, das findet man in... Oh, pass auf, da kommt noch einer. Äh, das Erz, ja, warte, ich dropp's immer. Dann schaltest du bestimmt auch... Oh, da steht irgendwas. Can't be teleported. Da. Okay. Wart, hier? Also, ja, der Vogel meinte, dass man, ähm... ...dass wir wahrscheinlich in diesen Dungeon müssen, dass man da das nächste findet, ne? Aber dafür würde ich mir, glaube ich, noch ein Schild bauen. Ja, dafür brauchen wir halt Wildschweinleder. Ja, wirklich. Alles nur für die scheiße Wildschweine da. Ah. Die Schweine. Hm, hm. Da vorne ist ein Vogel. Da ist er wieder. Was ist hier? Hier ist nichts. Äh, Rocky, wo bist du? Bist du denn hier noch, äh, Bären am Sammeln, gerade? Ich, ah, hier. Da, ja, genau. Hello, hello. Ja, wir können hier noch so eine kleine Schleife laufen. Weiß aber nicht, ob hier noch was kommt. Da leuchtet irgendwas krass. Was ist das hier? Das ist auch neu. Fistel. Jo. New Material. Okay. Fistel. Da vorne ist was Violettes. Das hier ist auch neu. Die hier. Karottensamen, yes. Da vorne sind noch mehr. Blueberries. Oh, Skelette, Rocky. Da ist auch der Dungeon wieder. Hier ist auch ein Dungeon. Ja. Ja, ich geh hinter die. Äh, okay. Oh, die hauen rein. Pass auf, ne? Die hauen rein. Ja. Uh. Ist hier der Boden nicht so blöd? Komm kaum ausweichen. Eins hat ein, äh, äh, ein Stern. Ja. Ich muss kurzer Ausdauer tanken. Und jetzt. Habe ich. Sehr gut. Dann holen wir jetzt den anderen da noch. Ja, der hat noch einen Stern, ne? Ja, den krieg ich mal easy. Aber hier ist auf jeden Fall der Eingang. Das können wir uns mal markieren. Hm? Blueberries. Wo sind der? Ja. Das ist neu. Da ist er. Uh. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Das ist auch okay. habe ich das war knapp da vorne ist violett ist da hinten ist irgendwas lila ja ja aber warte ich mag immer noch kurz den dungeon okay und dann gehen wir zu den violetten machen wir das noch mal hier zack zack let's go da stehen ganz viele drum die werfen schon fleißig ich habe keine pfeile mehr also zogen wir es dann wieder werfe boah kritz scheppern richtig ne wenn er einmal so gebetet ist kriegt Achtung noch einer Achtung Schamane hinter dir Schamane er hat mir erwischt nein ich habe ihn er ist tot Achtung noch einer da kommt noch einer wachos des isch des isch des isch'n Spawner ja da kämmen die kämmen doch raus nein haben wir besiegt was gab das leckeres durch was auch kippt oder na du du hast irgendwas aufgehoben hallo nö ok hallo hallo ok hörst du mich noch ich höre dich ja hörst du nö ja ich höre dich ok du hast hier gerade was aufgehoben was hier gedroppt ist nichts besonderes ich bin aber auch voll sehe ich gerade ich hätte noch einen Platz frei ja jetzt habe ich auch noch einen frei warte mal was haben wir denn hier aufgehoben Blueberries hatten wir schon hier aber ok Samen Karottensamen hm warte ich schmeiß doch hier was hin hast du auch gehabt? äh Pfeile ja ahja gut gehen wir da vorne noch zu dem Turm da ah nein das sind Skelette ich würde lieber heim gehen jetzt oder? ja dann gehen wir heim achso den tun wir auch oder waren wir schon na waren wir nicht aber das sind ein Skelette ja komm das stimmt Aua hinter dir pass auf hinter dir ja aha mir werden besser sei easy sei easy da gibt es schon mal doch da geht es noch weiter rauch ja guck du mal da ist aber garantiert nichts nein ich glaube auch nicht die Türme ist ein aber man kann hier schön auf Aussicht hä hier hinten ist noch ein Dungeon ja die gibt es viele oder was ist das hier oder was ist das hier oder was ist das hier oh hier ist noch ein Skelett jo bin bei dir Achtung Achtung Bogen Skelett Au und von links kommt auch noch einer Mö ich habe keine Ausdauer perfekt waren da noch mehr Ne aber guck mal was war das hier auf der Seite ist das hier ein Dungeon ah ja das wird ein Dungeon sein ja Hm, auch im Dungeon. Warte, ich mach bitte nochmal. Aber wir sollten nach Hause, es wird dunkel. Ja, wir sind noch weit weg. Äh, in die Richtung, ne? Ja, over the hills and far away. Was nehmen wir noch mit? Alles was seltsam ausschaut, mitnehmen. Alles was Neues, ja. Oh, guck mal da. Ja. Borns. Was ist das? Achtung, Achtung, attacks. Oh Gott. Hab ich wieder... Oh, man merkt mir, es ist ein Stärkerkord. Joa. Äh, pass auf den Alten auf. Die Raben sagen, äh... Äh, das ist dieser Jadrassel da. Früher war der Name. Die Kraft der Weisheit. Mhm. Okay, sind das nur so Warnsteine, oder was? Wahrscheinlich. Jetzt mal auf den auf, der ist voll krass. Die sind das. Ja, das sind auch krass. Die sind krass schnell am Ende. Bei uns. Auf Nummer 2. Joa. Achtung. Oh, Schamane. Ja. Haben jetzt wieder erwischt. Schamane da. Ah. Ich muss mich kurz ein bisschen raushalten. War wieder vergiftet direkt. Ja, ich auch. Hä, ich hab wieder Trollleder bekommen. Hier ist ne Kiste. Äh, Pfeile. Gold. Ah, okay. Nicht bewegen. Was bringt der? Allein Federn, okay. Ah, Luki, da ist auch noch was für dich in der Truhe. Für mich? Muss mal gucken. Ja. Ja, nice. Wann ich mich schon immer gewünscht. Du bist da. He he. Eins ein. Äh. Unten sind noch Skelette. Achtung, da kommt Skelette nicht. Was? Ich seh dich nicht. Du bist ja weg, oder? Ah, da. Ich bin hier. Von da kommen jetzt Skelette. Von hinter mir. Ja, komm. So, mit Angriff musst du das dann eh schon gehen. Hier ist noch einer, ne? Hinter dir noch. Von wo du herkommst. Ach, da. Ja. Ja. Easy peasy. Okay. Let's go back. Ich will hier nicht sein, wenn's dunkel wird. Nein, nein. Kann ich mir stehen. Also hier ist so schön. Oh, da ist noch so ein Lager von denen links. Lassen wir das einfach ignorieren, oder? Ja. Meine Ausdauer ich eh im Arsch. Tschau, ihr Loser. Aber diese Lager gab mir jetzt auch nichts besonderes, ne? Muss man sagen. Aber wahrscheinlich kann man da eine Mauer drumrum bauen und... Achtung, Röcki, das sind sehr viele. Oh ja, ich seh's. Oh ja, Schamane auch wieder im Start. Oh. 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 Oh, guck mal, die Fighten gegeneinander. Echt? Ja. Die hauen sich gegenseitig. Das ist ja witzig. Lol. Ich geh mal nach Hause. Ja. Komm mal. Aber gut zu wissen. Ähm, Matt? Ah, ich lauf falsch. Oh je, oh je. Jetzt lauf ich richtig. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Oh, wie schön das Abendrot hier durch die Bäume kommt. Hm. Wenn ich zur Sonne drehs, äh, kann sie... Sonnenwolle anziehen. Ah. Hinter mir sind immer noch die ganzen... ...Wiecher. Hm. Hier ist noch so ne Pflanze. Das sieht ja schön aus. Ah. Hier ist doch andere Dungeon. Wo wir schon mal waren. Oh, oh. Ich hör überall nur so Geräusche. Ja, ihr hör überall. Okay, hier ist ein Runenstein. Okay. Ah, den muss ich mir aber holen. Ja, geh mal weg. Ja, ich hab einen neuen, äh, Boss. Ich weiß, wo ein neuer Boss ist. Okay, nice. Ja, Leute. Es ist wieder soweit. Ob ich den Weg überlebe... ...werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ja. Mann. Auf. Ein neues. Später dann. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.